Wir sind unsere beiden Silbermedaillengewinner 2019. Sie lüften das Geheimnis, Herr Schirmer. Die Krieger & Schramm-Unternehmensgruppe hat ihren Hauptsitz in Dingelstedt im Eichsfeld und Niederlassungen in Frankfurt am Main, in Kassel, in München und in Berlin. Krieger & Schramm steht als moderner Baudienstleister für Qualität, Innovation und Leistungsfähigkeit und bildet die gesamte Wertschöpfungskette von der Grundstücksakquise über die Planung, die Bauausführung und den Vertrieb bis weit über die Gewährleistung hinaus ab. Im LEP ist K&S mit seinen 75 Mitarbeiterinnen nicht unbekannt. Schon 2012 wurden sie mit vier Sternen im Recognize for Excellence geehrt. Insbesondere hat Krieger & Schramm aber die Prinzipien der Schlangenproduktion, also des Lean-Management, erfolgreich in seine Branche und mit den ihr eigenen Gesetzmäßigkeiten und Umfeldbedingungen umgesetzt. Es werden zum Beispiel mit Hilfe festgelegter Taktbereiche die Aufgaben und Tätigkeitspakete auf der Baustelle präzise so strukturiert, dass der Fortschritt überwacht werden kann. Aus den Ergebnissen von Soll-Ist-Abgleichen werden dann zeitnah Korrekturmaßnahmen entwickelt und umgesetzt. Dadurch nimmt die Termintreue spürbar zu und die Überraschungen nehmen ab. Also der erste LEP in Silber 2019 geht an Krieger & Schramm. Herzlichen Glückwunsch! Als ehemaliger Lastensportler habe ich Erfahrungen im Einzel- und Mannschaftssport gesammelt. Heute, als Unternehmer und Verantwortlicher von Krieger & Schramm bauen wir Häuser. Große Häuser. Meine Erfahrung aus dem Leistungssport, Mannschaftssport habe ich in das Unternehmen übertragen. Der Ludwig-Ehrhard-Preis auf der Basis des EFQM-Modells ist eine exzellente Plattform, um dauerhaft Spitzenleistungen zu erbringen. Dieses Modell schafft für uns die Grundlage, um die nächste Konjunkturkrise super zu meistern. Die 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 Konjunkturkrise super zu meistern. Vielen Dank.